Ich seh sie nicht, wo soll die sein? Da! Feuer! Torpedo fliegt! Feuer! Zweiter fliegt! Hit! Versenkt Junge! Noch einer! Rein! Bumm! Die steigen wieder auf! Jetzt schießt! Letzter Torpedo fliegt! HIT! Mach sie weg! Du musst sie holen! Leute! Du kannst dich da drauf stellen! Ich hab keine Waffe! Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Runboost, ey? Warte mal, ich muss mal eben hier Dinge auf Hotkeys umlegen. Soll ich dir davon erzählen, wie schön der Boden ist, den ich verlegt habe heute? Erzähl mir von deiner ersten großen Liebe. Meine erste große Liebe war eine Dorfmatratze. Da ist richtig schön DRM und dann Skipping. Alter, du bist eine Legende! Fuck you! Ah! Flieg! Du bist ja eine Legende, du hast ja da reingeschossen sogar! Ja, fast! Ei, 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 Wahnsinn! Einmal vom... Nein, ich würde sagen, hast du dir abgeschlossen. Die war ja fast genauso schnell wie wir. Die hat 4.000 Euro. Die mögen uns nicht, seid ihr? Wenn der Myko uns noch so lange entbehren kann... Ja, ich bin ausgestiegen! Was?! What the hell?! Wo bist du, wo bist du, wo bist du?! Ein paar Meter rückwärts, ich sehe das Licht noch! Ja, aber du säufst ja! Mies einfach, Seppelin, Alter! Steig ein! Ey, bleib stehen! Ich stehe! Komm rein! Ich bin tot! Steig ein! Ich bin tot! Oh, komm! So, ihr Wichser! Was ist das hier für eine Nummer, he? Was ist das? Warum? Warum kriege ich Millionen Nachrichten, dass mein Stream an ist? Und warum zum Fick ist mein Stream an? Was habe ich gemacht? Und warum habe ich 1.000 Subs? Seid ihr dumm? Ist das der Way to go? Ich muss einfach den Stream laufen lassen und nichts tun. Das ist besser, als wenn ich hier streame. Ach, Edo, ich bin gern mit See auf dir. Was machst du? Was? Mit dir auf See? Was hast du gerade gesagt? Auf das Ulrich schleichen und den fighten. Ah! Ne! Die verfolgen uns! Dann kleils ab! Schieß ab, Brightsheet! Boot voraus! Boot voraus! Was ist hier los? Rein, das ist nicht gut. Ja, ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Hit! Hit! Ah! Schuss! Oh, ich treff die nicht! Au! Ich krieg auf die Fresse! Ah! Die dumme Sau! Was ist mit dem? Ah! Ich bin so tot! Ah! Ich bin so tot! Oh, was ist denn mit dem? Alter! Kein Bock mehr auf diesen scheiß Piranha. Warum hat der jetzt so geschenkt? Hier! Ich hab's weiter eingefangen! Perfekt! Guck mal! Hä? Guck mal! Ah! Hey! Hast du ihn getötet? Nein! Ich bin so tot! Ich lebe! Ah! Was ist denn? Nein! Oh mein Gott! Oh! 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 Brandy kommt hier! Oh! Ich hab das Rohr outplayed! Alter! Ich bin da an dem Panzer vorbeigelaufen! So! Wir können jetzt einen Leder haben und ein simple Backpack! Ein Backpack würd ich dir so schlecht craften! Aber wir können ja erstmal gucken, was da jetzt für ein Blödsinn aus dem Teil herauskommt! Wir haben natürlich wieder Tappe 32 HP mit Best Squad mit dem Fight! Wenn ich sterbe, passiert das! Das ist richtig! Weisheit mit Brian! Wenn ich sterbe, passiert das! Oh! Ich hör dich arbeiten, Brian! Du machst mich stolz! Mein Sohn! Das war safe Boden! Was für safe Boden! Du willst nur haten! Ich seh da nicht safe Boden! Du willst nur haten! Das ist so passiert! Ich bin runter und dann wieder hoch! Das war Boden! Lost! Du hast gerade demonstriert und hattest du die Gravels noch im Inf? Nein, die Gravels nicht! Aber das andere Zeug! Welches andere Zeug? Ah fuck you! Dafür kriegst du jetzt einen Timeout, du Penner! Ich geh hin neben den ersten Hit! Erst wenn ich den Hit habe, gehst du abhängen! Ich hab nicht mehr viel Zeit! Geh von der anderen Seite ran! Geh von der anderen Seite ran! Okay! Andere Seite! Hallo! Ich komm nicht durch jetzt! Ja! Unglos! Rechts ist der Ausgang! I'm running! Oh! Vorsicht! Hast du noch ein Dead Hard? Ja! Die Palette! Komm mir an dir für nicht vorbei! Achtung! Du musst eine Runde drehen! Dreh eine Runde! Body block sie! Ja genau! Nein! Das war keine Runde! Nee! Oh loil! What the fuck! Was war das denn ey? Was warst du hier? Nein! Komm nur ich! Er hat's nicht geschafft! Wie? Er hat's nicht geschafft! Er hat falsch abgebogen! Er hat wahrscheinlich dir oft zugekündigt! Lul! Sie reinlaufen! Darfst du sie weg? Ja! Ja! Können wir den Zombie hier runter locken? Das ist ein Loch! Ja! Warte! Er guckt so nah! Komm her! Komm her! Komm her! Warum ist er so schnell? Nee! Der läuft außen! Er ist stuck! Nee! Er kommt vor sich! Oder? Er ist verwirrt! Er kürzt gut ab! Wir müssen runter hier! Entschuldigung! Ich bin hier! Oh! Scheiße! Oh mein Gott! Lauf weiter! Dann hört Dalu und Kay auch nur so, hey hier! Geh mal da! Frummel mal hier! Mach mal Dienst! Wir fighten um den Bronto! Irgendeiner wird ihn schon treffen! Oh! Jetzt kriegt hier Zero die Hits in den Arsch! Von Simplex ist gut! Er mischt sich ein in den Fight! Und Mr. Cool kommt auch! Äh, Mukul! Nicht Mr. Cool! Versucht es wieder mit Bolas! Aber er weiß nicht, dass er es nicht kann! Und währenddessen wird Gathos vom Raptor gef... Ah! Oh! Entschuldigung! Das wollte ich nicht sagen! Ge-ge-ge-angefasst! Natürlich! Boah! Alter! Natural Born Gamer! Oder sowas! Ah! Nee! Scheiß! Oh Gott nein! Oh, was war ein Scheiß! Nee! Done! Das war Brian! Wie gibt es einen Dino für mich? Ah! Wie ist es? Martin! Hier ist eine Ganache, Leute! Ich hab aufgefüllt! Ich hab's schon dann! Ich hab... Hier kommen die Wahrscheinlichkeit, dass er weniger hat als du! Ist nur ein Bogen Gamer! Bist so mäßig groß! Das ist richtig! Ähm... Ich mein, der hat sich sehr nuggetig angehört, aber das muss halt nichts heißen! Egal! Wir sind auf Progress aus gerade! Im Early Game die Gamer zu töten, bringt halt auch einfach nicht viel! 100! Absolut kein Grund, dem da jetzt hinterher zu chasen oder irgendeinen krassen Fight anzuzetteln! Oh! Er chastet aber mich! Mit seinem Scheiß Bogen! Das klingt fast so, als hätte der einen Pfeil zwischen den Augen! Oh mein Gott! Alter! Der Drive-By mit dem Pferd! Klatsch! Kann ich nix machen! Ich werd andauernd Senior genannt und so weiter und so weiter! Senior Rentner! Wer bist du inzwischen? 47!